Ich bin gerade da ein bisschen überfragt, worum kann... Ach, dafür. Oh, Leute. Da muss man es mal sehen, ne? So, Apfel. Ein Apple. Wer ist der Apple? Eine Schildkröte. Brauchen wir auch noch, das ist eine Schildkröte. Äh, wir brauchen noch den Apfel. Okay, jetzt brauchen wir noch den Apfel. Wo ist der Apfel? Das da? Ein Goldapfel. Eine Golden Apple. Alles klar. Zahnrad bekommen. Da wollen wir jetzt einen Scherl ansetzen. So, hier haben wir auch nichts mehr. Hier. Hm, hier haben wir auch nichts. Was soll ich denn hier machen? Erkläre dich mir, Spiel. Ich verstehe es gerade nicht. Ach so, ich kann das Ding einfach dagegen werfen. Ja, das weiß ich natürlich nicht. Oh nein. Help! Halt mich. Oh, was? Was? Okay, was muss ich machen? Anleitung. Äh, wähle die Rune... ...die... ...keinen gemeinsamen Mund an Rune des Heimens hat. Ach so, okay. Äh... Der hat eine Gemeinsamkeit, der hat keine Gemeinsamkeit. Oh, hat er doch. Ups. Shit. ...die hat eine Gemeinsamkeit. Der hier, okay. So, äh... Der sieht doch gut aus hier, oder? Ne, scheiße. Dammit! Hä? Okay. Will ich mich irgendwie verarschen? Ach so, die Rune verhindern sich immer wieder. Also der ist zwar... ...miss ja nur der sein, so. Äh... ...die sieben. Haben wir die hier irgendwo? Nein, haben wir dieses... Nein, das hier. Hä? Bin ich gerade blind gewesen? What the fuck? Okay, also gucken wir das ja an. So, das haben wir hier... ...irgends so. Ich bin echt blöd. Ich verliere meinen Fokus. Oh nein. So, das haben wir auf jeden Fall... Das sieht gut aus. Ah, wir haben gewonnen. Plötzlich sind wir auch noch Magier geworden. Ah, das ist ja schon ganz eingefroren. Okay. Interessant, wie sie jetzt aus mehreren Wimmelspielen... ...die wir ja schon kennen... ...kombinieren. Das finde ich gerade mega interessant. Aber jetzt hätten wir aus... ...ääh... ...das war es... ...ääh... ...nicht Zeit. Rätsel der Zeit war es nicht, oder? Ich weiß nicht genau. Ääh... Achso, hier. Und dem mal eben. Da hatten wir das natürlich... ...hatten wir das nämlich auch schon gehabt, meine ich. Das sind wir hier. Okay. Okay. Ich kann nachher erst irgendwas hier machen. Was ist denn da? Hier können wir das einsetzen. Das Ding kommt mal wie bekannt vor. Aha. Ich könnte statt so nicht hier ansetzen. Okay, gucken wir uns erstmal hier das Buch an. So. Noch eine Acht. Drei. Oh nein. Dämonen greifen dann. Oh, okay. Dying in the remains of their beloved home. The demon and human who fell in love many years ago, now gazed upon their children. Their two baby girls, surrounded by demons who threatened to kill them. Ah ja, wir haben jetzt das Teil zusammen. Das hier. So. Zack, zack. Okay, wir haben uns schon das Teil noch nicht zu komplett. Okay. Okay, also hier, den Ring. Sesam, öffne dich. Papier rollen und noch eine Zahnrad bekommen. Okay. Nochmal Zahnrädchen zu mitnehmen, bitte. So, was haben wir jetzt hier? Hier müsste man was machen, ne? Aha. Aha. Na, dann brauchen wir die Zahnräder. Uiuiui, da können wir den Hebel. Und jetzt können wir weiter. Wow. Oh, hier ist voll die Spur, fängt mir gerade auf. Uiuiui. Ich glaube, wir nähern uns dem Finale. Seid auch schon, wenn der Spielzeitängstum so her sein. Okay. Okay. Und wir suchen diesen Schrank. Okay, wir hätten uns vielleicht schon in der Raum nochmal umsehen sollen. Denn, ja, jetzt kommen wir wieder nicht zurück. So, ein Scheiß. Das hasse ich. So, hier ist das. Okay, wir brauchen mehrere Sachen dafür scheinbar. So, einen Staubwedel haben wir bekommen. Cool. Ach, Mann. Okay, dann suche ich jetzt nicht explizit die Sachen hier. Ich nehme einfach mal so ein bisschen. So, da brauchen wir noch ein Auge für. Mach eigentlich was anderes. So, sonst hier haben wir sonst nichts mehr. Ne. Shit. Oh, wir haben direkt mehrere Sachen. Uiuiui. Aber ich sag ja, wir nähern uns, glaube ich, langsam dem... Okay, da fehlen ein paar Finger. Wir nähern uns langsam dem Ziel. Hier fehlen Zeile. Was haben wir hier? Dann knote die Zeile doch. Und weiter geht's. Da ist schon mal ein Teil. Staubwedel. Der hat noch ein Teil. Da brauchen wir zwei von. Okay. Ich guck gerade, ob hier auch mehrere Teile versteckt sind vielleicht. Da brauchen wir noch was für. Okay. Okay, steckt fest. Na gut, wir gucken uns das erstmal das Bild an. Wir müssen schon wieder Teile sammeln. Ah, okay. Warte, das sagt er, das ist mir wieder zu schwer. Dann brauchen wir so wieder irgendwie einen Stein oder so. Machen wir das hier mal sauber. Wollen wir denn hier was zum kaputt schmeißen? Da. Bamm. Einfach kaputt gemacht hier. So, was brauchen wir noch? So, hier ein bisschen Werkzeug hier. Das Ding brauchen wir, glaube ich. So, was brauchen wir Seil? Haben wir da? Wir brauchen noch ein Schloss. Hm, was haben wir da? Haben wir alles? Wir haben alles. Wunderbar. Und was halten wir? Noch ein Puzzleteil. Okay. Oh, wir können die Waffen. Kann mal gehen. Wir können ja nochmal erstmal hier einen Familienstammbaum. Kriegen hier einen Speer. Nein, da wollte ich untersuchen. Okay, kann ich dich untersuchen. Schade. So, hier. Oh, ich hasse dieses... Diese Fizzles-Arbeit. Oh, endlich. Ich hasse diese oben an den Rändern immer. Mann. Spiel fast jetzt selber. Ey. Es will mich trollen. Einfach das Spiel. Immer an der selben Stelle. Merkt ihr das? Oh, come on. Spiel bitte. Ich hasse es. Es war so gut wie doch. Endlich. Wow. Puh, Ritual, come on. Don't worry about me. You go ahead. Save the girl. Leave. Now. Okay. Einfach mal einen Raum, wo es schwungig scheint. Was haben wir hier? Mit einem Kristall. Was haben wir hier? Okay, ein bisschen schön die Kerzen anzünden. Hm. Darum brauch ich aber noch nie ein Kristallfläschchen oder was? Hm. Na gut. Dann würde ich... Könnte auch nichts machen. So, hier. Gut, gehen wir zurück. Wir sind alle tot. Oh nein, wie konnte das passieren? Ich denke, die Dämon war einfach zu stark. Der Doktor hat es nicht geschafft. Den einfachsten Dämonen, was... Einfach mal beides dämonen. Ich habe es geschafft. Okay, das war jetzt mit dem hier. Als wir widerstehen, ist es so traurig. Und wir haben ein Wimmelbild. Okay. Wieder guckt er. Jetzt wird er dem so die Züge rausstrecken. So. So, hier ein Puppenteil. Puppenmännchen. Poppe. So. Hier ist noch ein kaputtes Foto. Da ist unser Foto-Teil. Da drun? Da drun. Oh. So. Segengriff brauchen wir noch, wie es scheint. Eine Feldflasche? Ist das hier eine Feldflasche? Das ist eine Feldflasche. Segengriff und ein Schiff. Chip, 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 chip. Wo ist das Schiff? Da oben. Aha. Wimmelbild complete jetzt. Stimmt, haben wir eigentlich ein Wimmelbild hier schon zweimal gemacht? Ich kann mich nicht dran erinnern. So, die müssen wahrscheinlich durchsägen. Haben wir noch was? Dann eine Säge. Zack. Gut, dann können wir jetzt hier durchsägen. Was? Pulver des Lebens haben wir bekommen? Okay. Was ist das? Egal. Na, so. Haben wir noch was? Tolles. Hier brauche ich nur noch einen Schlüssel. Hm, hier war noch was. Was ist das da? Einen Knochen und ein Schraubstockgriff. Okay. Was ist hier? Hm, ne. Das geht auch nicht. Schade. So, hier war ich schon. Ist das da rein? Ne. Tut das leider nicht. Okay, gut. So ein komischer Spiegel. Das sind wir. Das kleine dämonische Mädchen. Kaputt. Okay. 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 Okay.